Und dann fehlen nur noch zwei Staber, die draußen mit der Isolation fahren. Und dann können Sie sich nochmal konzentrieren, das wird auch der Markus Hoppe und der Jonas Baumann sein. Also es fällt mir gut, was er macht heute. Der großgewachsene, schlanke junge Matten aus Landshut mit der schwarzen Glätterhose, der Startnummer 15, der Stefan Banker. Also auf den super L-Kopf geklettert, coole Wurscht. Was er früher vielleicht echt statisch hat machen müssen, das geht jetzt auch mit Ohren nicht saft im Arm. Also ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Jahren noch relativ viel von ihm hören werden, egal ob national oder international. Also vorher nochmal drei Top geklettert. Der erste Versuch geklettert im Halbfinale. Und ja jetzt sind die Kassen neu gewünscht und sich dran. Und jetzt geht es darum, möglichst effizient und erfolgreich die Arme zu werden. Und jetzt geht es darum, möglichst effizient und sich weiter. Also der präsentierte hier schon ganz verastlich davor, muss ich sagen, der junge Stefan. Also gerade bei den Jungen, denke ich, ist das ein Fingerzeig. Ja, die guten Flugtrainer, die hätten jetzt fast regend auf, vor Beutel, über die Arbeit der letzten Jahre. Ja, weil das wirklich hat sich angefahren. Und das sieht ziemlich locker und gespannt aus. Ja. 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 Geh'n wir mal, reale, reale! Geh'n wir mal, geht'n wir mal. Das war's für heute. Absehbar! Wow! Mario! Wahnsinn! Absehbar! 1, 2, 3 Ehe gebräntes Band Also wieder aufsitzen Dann wirklich auf Aufsitzen Geil selber! Absolut! Aufsitzen Aufsitzen Wir werden alle in der Welt Der Verzeihbar Abolantiert Bravo! Auf geht's, doch Wie alles? Wie alles!